so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's show minecraft mittelalter bestehe hier und stelle fest wir brauchen kerzen ja ist dunkel also werden wir mal zum kerzenzieher gehen und uns ein paar kerzen kaufen ist weit nein das rote haus hier um die ecke das ist zum glück um die ecke ja oder doch eine figur hat auch noch sieben jahren draußen stehen das ist ja üblich und deko bei häusern in der zeit durchaus gerade in der stadt wollen wir uns wohlhabender wird da schmückt man sich schon gerne das stimmt so hallo hallo was haben wir denn hier modell wilde feuersturm modell rotes rotlicht oder haben wir noch mehr kerzen auch so lange für kerzenstände hier oben wird der doch befestigt und hier unten wird am feuer dann der wachs geschmolzen und dann wird hier die kerze gedreht im grunde ja getrunkt wird getrunkt immer wieder genau immer wieder rein raus rein aus und muss man hier stehen und man ist ein bisschen wie sex nur weniger schön das sind doch und da hat er so ein kleines lager ja ein bisschen vorrat wir werden auch noch kerzen in den schubladen überall sein und im schrank aber darum hat er einfach treppenhaus ja ich lauschte dem sound auch ein cooler blick ne ja zum wundarzt zum totengräber bis fast zur kirche wo kommt eigentlich der sound her was sind die denn ich weiß nicht vielleicht im nachbaraus neben man in der kneipe das ist die knapp ist noch ein stück weg ja ja küche dass der lebensraum hier wird gespeist und sich so beschäftigt hier wird gekocht und hier steht im küchenschrank und hier hinten ist eine kinderspiel ecke man sieht es ja da kann auch hier eine oma sitzen oder so dann über nannte oder so wenn da jemand kommt genau das so stadt leben ein kaufmann cool oder ja ich finde es cool in den hoch von der zeile genau dahinter ist der marktplatz genau ja schöne ecke die kinder schön hell auch da kann man super spielen gerade aufgestanden muss wohl die gouvernante sein stimmt steht hier sind denn immer wir haben hier vier betten und haben auch viel nachwuchs würde ich sagen ja ich wollte mal gucken ob man da noch mehr sehen kann er kann man ein bisschen drüber gucken leicht und auch mein baby haben sie auch ein stubenwagen steht hier und hier haben sie ihre kinder produktionsstelle etwas kleiner aber ausreichend kleidung aber keinen schönen blick da ist ja auch schlafzimmer der guckt schon im schlafzimmer aus dem fenster das stimmt da guckt man ins bett vor allem wenn da so viel liebe ist wie hier ja damit sind wir schon durch mit dem haus aber wir fliegen jetzt noch meine ruhe rundherum genau und außenblick werfen ach da kommt das alles her stehen hier schlange das kann sein vielleicht brauchen noch andere kerzen guck mal diesmal haben wir nicht ich die kontrolle nur den pöppel vergessen die pöppel sie machen mich verrückt im moment ja deswegen ist ja gut dass wir es jetzt abarbeiten ja aber auch diese pöppel dran denken um den kran umgeflogen hinter kran lang ja was da drin ist das werdet ihr dann auch noch bald sehen mit dezenter werbung schon dran ja und übrigens ein gebäude das durch mein eigenes tutorial inspiriert ist vom jägerhaus besteht allerdings aus ist also in zwei phasen gebaut deshalb ist es nicht durchgängig ja gut kam öfter vor dass man angebaut wurde genau das andere haus integriert oder wie auch immer wo das dach ist schön das eine taube ja und hier vorne ist das fachwerk so ein bisschen abgesetzt noch und das ist ja auch so ein bisschen farblich noch halt an einigen stellen so ein bisschen deko dran war auch kein armer mensch so ein kerzen zu haben hat zwar schwer arbeiten müssen aber mir meine kerze vom dach geklaut ok weil die konnten sich dann schon also wenn sie für die wohlhabendere gesellschaft produziert haben oder an die verkauft haben gut geld verdienen weil so die echten bienenwachs kerzen und so sind schwer zu machen ja und sehr wertvoll also ich meine aufwendig auch man kam genau man kam damals einfach schwer an das material ran und dadurch ist das halt sehr wertvoll es gab ja auch einen eigenen beruf ich mir fällt der name nur jetzt leider nicht ein von leuten die diese kerzen dann in reicheren haushalten gepflegt haben und weil die dochter brannten nicht so ab wie heute sondern fingen an zu russen und verbrauchten mehr energie und dann hat sich gelohnt wenn man die kerzen immer zeug geschnitten hat man also weißt du noch wie das hieß ich komme jetzt gerade das wort ist so lustig ja schade der stutzer war das glaube nein nein das war es nicht dass aber was war denn dieses kerzen die hat man das hat ja das hat namen schaut mal bei wikipedia nach rechten empfehlung ist ein sehr unterhaltsamer beruf mit diesem und vor allem es gab unheimlich leger und diesen kerlchen gerade in den größeren gebäuden also in schlössern oder burgen weil so viele kerzen wie die da hatten wir hatten ja sonst kein licht auszulegen aber als einzige lichtquelle war gab es eigentlich für jeden raum ein so ein kerlchen der sich nur um diese kerzen gekümmert hat war das im merlin der zum kartenmaler gegangen ist das kann sein ja vielleicht ja ich höre pferde von merlin ja aber wir sind trotzdem durch mehr in die länge ziehen wollen wir es jetzt nicht muss nicht sein beim nächsten mal seht ihr noch ein paar innerstädtische gebäude und dann war es das tatsächlich mit königstein aber dazu erzählen wir euch dann glaube ich beim letzten gebäude noch was ich denke auch ja okay dann bis dann und danke fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss